Moin moin zusammen und willkommen zu einer neuen Runde GTA 5. So wir sind aktuell mal mit Franklin bitte unterwegs. Die letzten zwei Folgen waren wir mit Trevor und Michael unterwegs und deshalb habe ich mir gedacht, okay, wollen wir wieder zurück wechseln. In der letzten Folge haben sich Michael und Trevor wieder einigermassen vertragen, kann man sagen. Das heißt Trevor ist aufgetaucht und hat Michael gerettet, sozusagen. Und die planen jetzt zur Zeit den größten Crew da und mal sehen was mit Franklin jetzt los ist. Wir haben noch einige Nebenmissionen zu erledigen, aber jetzt machen wir wieder eine Hauptmission. Mal gucken, was los ist. Na, das Motorrad sollte ich auch irgendwann mal austauschen gegen ein vernünftiges. Oh, hey. 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 What you doing here? I mean, I'm real glad you're here. Come here. I can't stay. What's up, babe? It's Lamar. What that fool want now? It's your best friend. He's your best fucking friend. For real. My best friend. My homeboy, right? My nigga. Man, fuck you. I mean, not like that, man. But no, he ain't. He's just another nigga from the hood. Him stretching all the motherfucking clowns. All he want to do is drag a motherfucker down and live in the past. And this is the future? A big empty house with nobody who gives a fuck about you. Shit, it works for me. It can work for you, babe. I'm getting married, Franklin, to a doctor, not a murderer. Then what the fuck you doing here, Tanisha? I'm worried about Lamar. You gotta help him, Franklin. Man, that shit is over. Oh. I'm a legitimate businessman now, sister. I'm a CEO and investor. I'm a Illuminati. I'm a fucking moron, nigga. You a phony fuck. What? I ain't saying you gotta marry the fool. I'm saying he's about to get killed over that deal you and him put on with Stretcher set him up. Fuck, man. My whole fucking life I've been looking after this motherfucker and paying the price afterwards. Fuck. Well, at least do it one more time, Franklin, for me. For you? For you and your doctor? I love you and Lamar. We grew up together, but this life ain't for me, and you knew that. You ain't changing. I don't care how many cars you own, how many apartments you own. I don't care how many diamonds you put in your ear. It ain't for me. Not done bad or done good. Babe, look. I'll change. No, you won't. And that's fair enough. But at least respect what you do, who you are. If you let that idiot die, you a bigger asshole than I thought. Look, he's going up to some sawmill near Polito Bay. You do what you gotta do. So, in einem Sägewerk, okay. Huh? Wir sind nur 7,45 Kilometer entfernt. Franklin, what's up? Hey man, I'm in a bit of a bad situation. My boy Lamar got set up. I think he up near Polito Bay has some sawmill with some ballers. Could you like to do some computer magic and look into it? Is that possible at all? Should be. I've got a back door under the Polito Bay police network left over from the score we did up there. Give me a second here. Hold on. Yes. So what it say? Huh. This must be it. There are older reports of a weed operation being run by an African-American gang. The files got buried, so I'm guessing they paid off the cops. They grow weed up there? Growing it in the hills most likely, but they might be packing and shipping it out of this sawmill. I'd expect a fair few of them up there. Shit. And I'm gonna need some help. Can you tell Mike and Trevor to meet me up there? They still aren't getting along that well. Tell them this for me. And it's serious. Thanks man. Okay. So. 5,600 km. Kleiner Wunsch von meiner Seite her. Ich würde mich über Feedback über die Audioqualität freuen. Bisher habe ich die Audioqualität immer zusammen mit dem Aufnahmeprogramm aufgenommen. Und habe mir die Bearbeitung der Audiospur gespart. Ab den letzten zwei, drei Folgen habe ich jetzt das Aufnahmeprogramm geändert. Und bearbeite die Audiospur nach. Ich frage mich die ganze Zeit. Ich habe Ewigkeiten herumprobiert mit Outer City. Ob das jetzt wirklich toll ist, diese Nachbearbeitung. Ob der Aufwand sich lohnt. Zur Zeit ist es ein relativ großer Aufwand für mich, muss ich sagen. Die Audiospur nachzubearbeiten. Ich nehme sie zwar als separate Audiospur auf. Allerdings bin ich Besitzer von Boxen. Das heißt, ich habe bei Sound auf den Boxen laufen. Und dann habe ich ein bisschen Probleme. Wenn ich die Stimme und Ingame Sound gemeinsam aufnehme, fällt einem das nicht so extrem auf. Aber wenn ich jetzt die Stimme separat noch nachbearbeite, dann würde ich automatisch auch diesen Sound nachbearbeiten. Und dann fällt einem schon auf. Und dann nervt der Ingame Sound von mir doch schon, wenn man ihn hört. 2,42 Kilometer nach. 2,42 Kilometer nach. 2,42 Kilometer nach. 2, chỉ clip habe. 5,44 Kilometer nach. der hat sich mit ein paar leuten verscherzt nehme ich an und die wollen ihn jetzt lynchen und das können wir natürlich mit unserem besten freund nicht zulassen die folge läuft jetzt seit sieben minuten und er hat schon über 13 gb daten das bin ich mit meinem anderen aufnahmeprogramm gar nicht so gewöhnt gewesen ich stop so 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 vado hey why'd you invite this stule huh we want them are to be rescued not sold to the feds give it a rest asswipe man we'll talk to shut the fuck up now let's take a look at this place man lester said this was some type of big we store spot place is crawling ballers you know now me and you we don't mind the old gang warfare but suede box over there tell trevor i said bite me man i said shut up now see the weaver where the fuck is no more oh shit there you go yeah tell trevor i'm gonna be up on this hill with my rifle i don't want to be anywhere around him when he fucks this whole thing up classic classic huh he's already planning his escape oh fuck here on the other position ok i saw a few possible entry points when i got here one the front entrance on the right there it's most direct way in and most likely the heaviest two down the hill to my left there's a bulldozer there Ich kann ihn in der Assault benutzen. 3, auf der anderen Seite von mir. Auf der Bahnhof. Es sollte möglich sein, dass es das Schlimm ist. Aber ich kann dich nicht. Alles klar, danke. Keine Schrauben und nicht zu nahe. Wir wollen ihn nicht wissen, dass wir hier sind, bis wir wollen ihn wissen, dass wir hier sind. Ah, okay. Du bist der Experte in die Angelegenheit auf das Unbezüglichen. Oh. Wir wollen das mit der Planierraupe machen. Ah, der gesagt, das müsste hier sein eigentlich. Das müsste ja der zweite Angriffspunkt sein. Ja. Wir wollen die Planierraupe. Wir wollen die Planierraupe. Ich habe diesen Bulldozer. Es sollte einen Effekt machen. Okay, meine Zeit, zu gehen. Okay, ich bin auf dem Spot. Wenn die Zeit kommt, ich mache, was ich hier kann. Wir könnten eine bessere Chance, wenn wir ihn von zwei Angeln kommen. Vielleicht. Wir wollen die Planierraupe nicht rein. Dann greife ich jetzt mit dem hier direkt voran. Und, ne? Oh, da ist die Munition, oder? Oh, mir ist die Munition, oder? hey hey some motherfuckers is welding on us Was ist denn da? hey mit raketenwelt die nicht geschossen Was ist denn da? Ops! Und wo ist sie? So, wo ist der Amal jetzt? Boah, jetzt müssen wir das nochmal machen. Boah, warum habe ich mich mit Trevor gerade abgenommen lassen? Boah, jetzt sind mich bald wieder zu sehen. Okay, du bist der Experte in springing attacks on the unsuspecting. Ich liebe den Blick von der Bulldozer. Es wird ein bisschen schmerzen. Hey, ich werde in die Position. Hey, ich habe eine gute Vantage. Ich werde sehen, was ich hier kann, wenn die Zeit kommt. Ich denke, unser bester Schatz kommt in den zwei andere Richtungen. Okay, ich nehme das an Bord. Let's go find the dude. Laying down fire. I'm moving. Okay. Ja. Soll da was treffen, ne? Die Grundvoraussetzung. Oh. 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 so noch einer so eine FB hier noch Eines sehe ich von meiner Position nicht. So, jetzt muss ich ein bisschen hier aufpassen. Nicht, dass ich wieder an derselben Stelle sterbe. Ich habe die Sniper, ne, da oben ist noch nicht. Das war aber kein Sniper. Ich habe einen Augenblick auf Lamar. Hey, Lamar, gehen wir vor, bevor sie sich in einem Woodchip verletzen. Oh, verrückt, Mann. Hey, Mann. Ja, 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 komm. Los geht's. Los geht's. Los geht's, kommt raus Mein, 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 ey, wo laufen denn noch rum, ey? Du hast kostenlos. Komm, guck wieder auf. Also teilweise verwalten sie sich ja echt gut, ne? Wo ist der Einer? Was ist der Einer? Was? Wie hoch hat es gehen? Oh mein Gott. Was ist denn das für ein Schmutzweg? Ah, kann man sich da ein Taxi rufen? Oh mein Gott. 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 Nigger Stress tried to get you killed, nigger. Nigger, that's the hood. I'm still here, ain't I? Just. You sure Stress knew they was gonna book me? Yeah, nigger Stress knew. Everybody knew Stress knew. Tanisha knew Stress knew, and she don't even come around the fucking hood no more. Damn, that nigger Stress janky like that? Man, you don't see this? Man, Stress been screwing us from the start. Like from back in the day? From like the other day, dawg. Since after we went to the recycling place and D and them ballers tried to take us down. But Stress put in the work on D. Yeah, man, that's survival. Remember how angry his ass got? Especially with you bringing them into this shit. Aight, aight, but tell me this, though. If Stress was fucking with your boy LD, why he set us up with the deal for the brick in the first place? He'd go off and make peace with the ballers, come back, and then put us on the lick on Grove Street. Man, you remember Grove Street. That brick was drywall. Ripping us off was probably Stress's ideal anyway. Damn, you think so? It makes sense, don't it? Man, I ain't knowin', man, maybe. Man, Stress got in with the ballers when he was inside. Played us as Marks, dawg, but a bunch of them got booked. So now they gotta come back at us. So Stress sends you out there what they do on the Cush deal. Then you show up and save the day. Yeah, thankfully. Man, it wouldn't even be the same if your boy LD wasn't out here getting into shit. And FC wasn't getting him out of it. Know what I'm talking about? Man, I don't know. Wow, I feel like he's a monologue. I feel like he was grabbing like we did back in the day. It ain't back in the day no more, dawg. But it felt like it was. Okay, fool. It was fun saving your useless ass one more fucking time. There you go. That wasn't too hard. You should have seen your face when I came in. You was like, shit, shit, shit. Hey, shit, man. Oh, bullshit, nigga. You better check them drawers, homie. You probably shit at yourself. Fuck you, man. I don't care if I die. It's a compliment if they send an army after a nigga. They only send like two of the little homies to get you. Nigga, you didn't look like they was paying you no compliment, nigga. Must have just caught a glimpse of your ugly ass. Nigga, you think I'm some angel coming to take your ass somewhere you never going to. You pray to your white man God, homie. I'm going to the great plan beyond where the buffalo keep on roaming and the little squall bitches want me to nut on their face all day. Bitch, please. I can't read the subtitle text with the subtitles. I can only read it with the subtitles. And I have to say, my English is sometimes not so good that I understand this slang. Oh, God! But, okay. I'm coming. So, I guess, I guess what we learned is Nigga don't think it ain't no fun to be half fucking with the always, nigga. You feel me, my nigga? I guess you can look at it like that. Hey, but on some real shit, my nigga, uh, you know your nigga out here doing B.A.D., man. Why don't you slide me a few dollars or something? You know what I'm talking about? It's hard out here in a sec. Oh, shit, my nigga. That's nothing. Shit, nigga. I know you done went all Illuminati and shit, you know what I'm saying, leaving the street niggas in the back. But, damn, man. Way to keep a nigga down, my nigga. I mean, thank you. I guess there's payment for all the work a nigga put in before you getting them cars and shit, you know what I'm talking about? Give a nigga just enough money to get him a little 40 ounce and a bucket of chicken on the way to the poor house, huh? Man, don't be like that, dog. Because, number one, I never got paid for them motherfucking cars. Number two, I saved your motherfucking ass. No matter how many times you and that tiny motherfucking brain of yours are trying to get us killed, I saved you, dog. Man, you supposed to, my nigga. I thought we was homies for life. Me, too. But I thought we was trying to get out of this bullshit. You live in a fantasy, homie. The best thing you can hope for is a big turnout for your motherfucking funeral. Nigga, ain't nobody coming to your funeral. What? Man, what about all the motherfucking times I saved your life, homie? What about that? Oh, thank you, homie. Thanks for leaving your nigga in the backfield. You know what, my nigga? If your ass can just act civilized, you will get some work. But instead, you want to be this game-banging, mad dog and asshole. Oh, my bad, Mr. Gold Card. Excuse me, sir. Thank you for helping out a post-free nigga like me, sir. You can go now, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Nigga, who you think I am, nigga? Fuck you, Lamar. Nah, fuck you, eff, nigga. I thought we was homies, nigga. But that's some shit that just got past you, my nigga. You know what, dog? If something good comes up, I'll hit my dude, man. Chill out, all right? Yeah, whatever, nigga. You just hit me when you find out what the true concept of friendship is, nigga. We came from the sandbox together. I know that. I got you, dog. If something good comes up, I got you. Yeah, whatever, nigga. I'm in a turf, nigga. If you remember where that is. Oh! What's up, player? Hello, Franklin. Man, I don't know y'all. We done, man. Hey, we ain't done yet, homie. Not yet. Nearly. Man, what the fuck y'all want me to do? Kill the president? Fuck his wife or something? Or invade some fucking country? No, no. Something more sensible. Something that's gotta be done. Hey, when the timing's right, you're gonna take old Trevor and put him out the pasture, homie. Michael will be sensible, but Trevor... Trevor won't be. Trevor is a liability that none of us can afford. Man, Trevor saved you. He saved both y'all asses. And it's unfortunate. Hey, when we give you the word, you're gonna do this thing. Man, get Michael to do it. Me and Trevor cool, dog. Michael can't do it. Trevor won't let him near. That's why it's up to you, homie. Hey, who is that? Nobody. Don't worry about it, nigga. Hey. Flossenass, nigga. Okay. Mit diesen Worten würde ich sagen, machen wir eine Pause. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Blugro. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen. Ich hoffe, die Runde hat euch gefallen.